Okay, pass auf Leute, ihr müsst euch überlegen. Chasnero hat ein Video über Drachenlord hochgeladen. Drachenlord, also ich weiß nicht, der hat bestimmt nicht viel damit zu tun gehabt, denke ich jetzt einfach mal. Aber Chasnero wurde dafür gestrikt und sein Video wurde offline genommen und er hat jetzt ein Video gemacht mit Kritik am Drachenlord ist böse, deswegen striken die mich. Okay, da bin ich ja jetzt regelrecht gespannt, was jetzt hier passiert. Ja, oder was hier passiert ist, dass Chasnero gestrikt wurde aufgrund von einem Drachenlord-Video. Oh ja, der ging aber mitten ins Herz. Das ist schon wieder passiert. Mein Video von gestern wurde gestrikt. Ich habe ein kurzes Anliegen bereitet. So, stopp, aber die Frage ist, wurde er gestrikt oder geclaimed? Jetzt bin ich gespannt. Weil was mich wundert ist, er hat einen Tag nach dem Strike oder zwei Tage nach dem Strike ein Video hochgeladen. Wenn du aber gestrikt wirst, dann darfst du eigentlich sieben Tage kein Video hochladen. Deswegen verwundert es mich, dass das Video... Ah, es ist schon wieder passiert. Chasnero, unser Team hat einen Inhalt der Überprüfung festgestellt, dass sie gegen unsere richtigen Belästigungen verstoßen. Die folgenden Inhalte wurden von YouTube entfernt. Wir können verstehen, dass du jetzt möglicherweise enttäuscht bist. Wichtig ist, dass du uns aber als sichere Plattform benutzt. Deshalb löschen wir Inhalte gegen die Richtlinien. Und wenn du der Meinung bist, dass es hier beim Orte handelt, kannst du Beschwerde einlegen. Und wir prüfen den Fall nochmal. Klingt wie ein Strike. Also es ist eine Verwarnung, glaube ich, mit der Pfeife. Das ist, glaube ich, wenn du noch nie eine Verwarnung hattest. Dann klingt das nach einer ersten Verwarnung, das ist noch nicht so schlimm. Die zweite Verwarnung ist dann eigentlich sozusagen der allererste richtige Strike. Aber eine Verwarnung bleibt eigentlich immer auf deinem Kanal existieren. Also der geht auch nicht weg. Und wenn er das schon mal hatte, dann ist es irgendwie komisch. Jetzt bin ich gespannt. Von gestern wurde gestrikt. Ich habe ein kurzes Anliegen, bevor ich in das große Gebrabbel verfalle. Ein Strike ist so ein wenig ungeil für den Algorithmus. Deswegen würde ich euch darum bitten, dieses Video ganz zu schauen. Wäre mir mega wichtig. Ein Like oder auch gerne ein Dislike dazulassen, wenn ihr Bock habt. Und die Kommentare so hart voll zu spammen. Er hat drum gebeten. Er hat drum gebeten. Like oder Dislike. Ja. Und da sage ich doch nicht nein bei einem Dislike. Hier kommt schon wieder irgendeine Verbindung mit Kuchen.TV. Du hast Kuchen.TV für mich abgelöst und das nicht wegen seinem Scherz, sondern einfach, weil du extrem gründlich bist. Bei 200 Likes. Das hat ja gar nichts mit dem Video wahrscheinlich zu tun. Okay. Komm, wir machen nicht dies und wir geben Herz. Komm mal hier. Wie ihr nur könnt. Falls ihr mich unterstützen wollt. Ist auch okay. Ansonsten, lasst es einfach, weil das hilft mir halt weiter. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, müsst ihr nicht machen. Mal gucken, ob wir so einen persönlichen Rekord knacken. Unter dem Holzeinte-Video gab es 37.000 Kommentare und über 44.000 Likes. Wie gesagt, ich würde ja nicht danach fragen, wenn es mir nicht wichtig wäre, Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem. Auch wenn ihr das nicht macht, alleine fürs draufklicken. So, und dann jetzt auch mal genug von dieser peinlichen Unterstolzungs-Battle-Lie. So, was ist denn überhaupt passiert? Wie gesagt, wurde mein Video gestern mit so einem schönen Strike versehen. Cybermobbing. So ein ganz, ganz ekelhafter Cybermobber bin ich. So ein richtig fiese Typ. Ja, Bruder, sehe ich nicht ganz so. Ein bisschen ärgerlich, weil das Video nach, ich glaube, zwölf Stunden... Ja, also Jasnero ist generell dafür bekannt, Leute zu mobben. Also richtig ist, das ist direkt das Mobbing. Man muss aber sagen, die Themenwahl bei ihnen ist relativ... Bei Jasnero ist die Themenwahl so ein bisschen monoton. Das finde ich ein bisschen schade. Weil die Videos, finde ich, sind besser geworden. Ich finde auch irgendwie spannender geworden. Und auch so vom Redefluss ist einfach interessanter geworden. Und man kann da noch besser zuhören als früher, finde ich. Also er hat auch eine positive Entwicklung hingelegt. Ich finde aber manchmal die Themenwahl ein bisschen zu monoton. Weil ich das finde, entweder geht es um Drachenlord oder es geht um Aline Bachmann. Und irgendwann denkt man sich so, ja, wann haben wir andere Themen? Weißt du, ich war schon zufrieden, dass er mal zu Ron Bilecki was gemacht hat. Wo ich mir aber dachte, es kommt fast zu spät. Aber ja, ich finde es manchmal ein bisschen zu monoton. Also von der Themenwahl. Ansonsten wirklich no shame an Jasnero. Er macht super Videos. Ich finde auch den Stil von den Videos super. Ja, also ich glaube, es gibt keinen, der so eine Art von Videos macht. Finde ich gut. Fast 150.000 Aufrufe hatte und das Thema gar nicht mal so unwichtig war. Ja, doof gelaufen. Mein Gott, jetzt habe ich halt wieder ein Thema, mit dem ich euch die Ohren voll sülzen kann. Worum ging es denn in dem Video, das gesperrt wurde? Ich habe das Verhalten eines gewissen anderen YouTubers kritisiert. Der es für eine richtig heiße Sache hielt, seine durchaus bedenklichen Blogeinträge auf dieser Plattform hier zu bewerben, die strafrechtlich relevante Fantasien 18 plus beinhaltet haben und somit potenziell Jugendlichen sichtbar gemacht worden sind. Ähm, hätte sichtbar gemacht werden können, gehabt haben, Ding. Dazu kam auch noch die relativ... Okay, dieser muss ich aber sagen, vom Schnitt finde ich das Video, die ist ja nicht so krass. Also er hat immer wieder unterschiedliche Stile. Ich glaube, man merkt bei ihm auch, dass er immer mal wieder einen anderen Cutter hat. Also jeder Cutter hat halt immer einen anderen Stil und das merkt man bei ihm immens. Da gibt es manche Videos, die sind so krass editiert und manche, da kommen halt so Stockfotos und so. Ähm, ja. Wie halt jetzt hier gerade in dem Fall. Ich glaube, Nero braucht halt immer ewig für seine Videos, eventuell wegen Recherche und so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er bekommt auch viele Informationen durch viele Zuschauer und so, weil die voll in der Bubble mit drin hängen. Ähm, ich glaube, das ist es nicht mal. Aber ich glaube, Nero, er hat halt auch generell... Ah, ich kann euch nicht sagen. Also ich denke, Nero, der lässt sich auch gerne mal so ein bisschen Zeit für solche Videos. Also es ist jetzt keiner, der sagt, Alter, ich mache jetzt schnell ein Video und so. Und das muss... Ich glaube, er ist auch nicht so diszipliniert zu sagen, ey, ich stehe früh auf und mache jetzt... Und setze mich direkt an ein Video ran. Ich glaube, so ist er nicht. Ne, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, so wie ich ihn kennengelernt habe, setze ich ihn nicht so ein. Ähm, ich glaube, da ist er eher so ein gemütlicher Typ, der nach und nach immer mal das Video raushaut. Und dann aber natürlich auch lange Videos raushaut. Ne, das muss man auch sagen. Also sehr gründlich recherchierte Videos. Aktivierung bestimmter Sachen, für die dir potenziell der Paragraf 130 StGB um die Lauschtrichter katapultiert werden könnte. Diesen Umstand zu kritisieren ohne eine Beleidigung scheint, ja, Mobbing zu sein. Zumindest wenn man die falsche Person dafür kritisiert. Das wusste ich nicht und dafür entschuldige ich mich natürlich. Ne, sowas Böses liegt mir selbstverständlich fern. Wollte ich nicht. Das war jetzt nur so eine ganz kleine Kurzfassung. Da war halt natürlich einiges an mehr Fleisch dran. Sonst wäre das Video wohl nicht 16 Minuten lang geworden. Jetzt kommen wir aber zu dem Vorgehen von YouTube, was diesen Strike betrifft. Der, naja so, das weist so ein paar minimale Ungereimtheiten auf. Ne, bringt so ein bisschen Inkonsequenz mit sich. Ich bin YouTube wirklich super dankbar, dass ich das hier machen darf. Ich liebe diese Plattform, versteht mich jetzt nicht falsch, ne. Aber das war jetzt nicht so dolle. Hey, jeder macht Fehler, ist okay. Lieb euch trotzdem YouTube und, ne, danke für alles. Um mal kurz hier den Realsprech abzuhaken. Ich habe selbstverständlich Beschwerde eingereicht, weil ich das Ganze nicht als Mobbing sehe, sondern als legitimen Kritik. Okay, das ist halt wirklich ein richtiger Strike. Das ist ein richtiger Strike. Okay, er hat aber Beschwerde eingereicht. Aber es wurde, okay, er meinte, es wurde abgelehnt, hatte ich das gerade gesagt. Ich habe selbstverständlich Beschwerde eingereicht, weil ich das Ganze nicht als Mobbing sehe, sondern als legitimen Kritik an einem Verhalten, das die Tür nicht mehr zubekommt. Geht halt auch um ein Thema, das gar nicht mal so unwichtig ist. Okay, aber es wurde ja noch nicht abgelehnt. Also er könnte theoretisch, ähm, könnte der Strike zurückgezogen werden. Kindeswohl unter anderem habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass das doch relevant und wichtig sein soll. Folgendermaßen lief der Hokuspokus ab. Ich, richtig gut gelaunt, mach glotzi glotzi meine E-Mails. Was sehe ich da? YouTube hat deine Inhalte entfernt. RIP. Hallo Justeo. Ja, hallo YouTube. Ähm, unser Team hat deine Inhalte geprüft und leider festgestellt, dass, äh, ja, das, äh, leider unterschreibe ich so. Dass sie gegen unsere Richtlinien zu Belästigung, Drogen und Cybermobbing verstoßen. Oder was auch so. Wir können verstehen, wenn du deswegen jetzt möglicherweise enttäuscht bist. Ja, bin ich. Das ist doof. Hab ich nicht so gern. Wichtig ist uns dabei aber vor allem, dass YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist. Deshalb löschen wir Inhalte, die dafür dienen, die Sicherheit zu wahren und super problematische, jugendgefährdende Inhalte in Frage zu finden. Nee, äh, die gegen unsere Richtlinien. Zu Recht. Just Nero, du bist ein schlimmer Finger. Ich finde, du solltest permanent gelöscht werden auf dieser Plattform. Du Schwein. Ich bin hier verstoßen. Aber, äh, die Bewerbung von hochbedenklichen Materialien. Findest du es besser, wenn mehrere kurze Videos kommen oder weniger längere Videos? Ähm, das kommt immer auf den Creator drauf an. Ich finde, bei Just Nero sind so die längeren Videos schon fast besser, weil er einfach da, äh, keine Ahnung, deutlich mehr Inhalt bringt. Bei anderen YouTubern finde ich, finde ich kurze Videos einfach entspannter, weil du immer mal, wie zum Beispiel bei Kaiser News, finde ich so die, also wenn der so acht, neun, zehn Minuten Videos bringt, finde ich das entspannter, als wenn er jetzt ein 20 Minuten Video bringen würde. Ne, finde ich so auch in Ordnung so, weil ich mag seinen Stil und ich finde auch, er kann richtig gut, ähm, die Videos und die Informationen rüberbringen. Ich finde ihn richtig top. Aber ich denke, bei ihm sind die kürzeren Videos ein bisschen entspannter einfach. Die im, ähm, die im Community-Guideline-Bingo-Karte 11 nach fünf Minuten durch sind, sind okay. Ja, sehe ich nicht ganz so. Ich verstehe ja absolut, dass das Thema schwierig ist, wirklich. Und auch, dass es auf 18 plus gestellt worden wäre. Ja, das sehe ich, völlig. Aber YouTube hat das Video vor dem Strike als werbefreundlich eingestuft. Also irgendwie beißt sich er wen, gell? So, natürlich habe ich Beschwerde eingelegt und die wurde nach ungefähr fünf Minuten abgeschmettert. Na gut, das wurde halt automatisiert als werbefreundlich eingestuft. Ihr müsst euch halt überlegen, wenn dein Kanal immer grün ist und deine ganzen Videos sind immer richtig eingestuft. Bei mir ist das gerade auch so. Dein Kanal ist immer richtig eingestuft, dann überprüft YouTube gar nicht so großartig. Die machen das automatisch grün. Ich habe auch Videos. Pass auf, mein neuestes Video heißt, kann ich euch mal zeigen. Warte ganz kurz, ich muss mich hier gerade groß machen. Ähm, also, es ist ja, es sind viele, viele Themen, die ich momentan behandle, wo ziemlich krasser Scheiß drinsteht. Zum Beispiel hier, ne? Wie Dude Perfect Werbung für grausame Sklaverei bis hin zum Tod macht. Ist nicht unbedingt ein werbefreundlicher Titel, ist trotzdem direkt grün geworden. Hier, wie krank Russ McKamey Menschen foltert. Foltert ist null werbefreundlich das Wort. Ist trotzdem grün. Ich habe es auch richtig eingestuft, ne? Also, du hast ja da, dort gewisse Bereiche und ich stufe das ein mit, ja, hier sensible Ereignisse und das ist für pädagogische Zwecke und so ein Spaß, ne? Oder hier, äh, die täuschte Tourette-Syndrom. Okay, das geht noch, das geht noch, ne? Oder hier, ich habe einfach reingeschrieben in den Titel, so viel Nazi steckt in ihm, ja? Also, das Wort Nazi wurde nicht als werbeunfreundlich eingestuft und das ist halt so, äh, wenn du deine Videos richtig einstufst und die für pädagogische Zwecke zum Beispiel einstufst und so, dann, dann sagen die, ey, alles fein und alles grün. So, und ich hatte sonst, ich habe immer mal Probleme mit diesem, mit diesem, äh, Algorithmus, ne? Ich habe sonst immer wieder Probleme gehabt, das ist gelb, das ist gelb, das ist gelb und mittlerweile alles grün, was ich sehr, sehr schön finde, weil damit, äh, muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen und ganz oft liegt es am Titel. Die Videos werden nicht gelb geschalten, weil dein Inhalt werbeunfreundlich ist, die Videos, die werden gelb geschalten, weil dein Titel werbeunfreundlich ist, ne? Wenn du, äh, zum Beispiel irgendein Thema hast und da ist irgendein werbeunfreundliches Wort, ja? Wenn da jetzt Sklaverei drin ist und da ist ein, das ist ein, äh, werbeunfreundliches Wort und dann änderst du den Titel und schreibst Test rein, dann ist das Video grün. Das ist zu 99, zu 100% meiner Fälle ist das Video dann grün, wenn ich Test als, äh, Titel habe. Und wenn ich dann den Titel ändere, äh, ohne dieses werbeunfreundliche Wort, ist mein Video, bleibt mein Video grün. Und so einfach ist es eigentlich. Also YouTube ist eigentlich, was das angeht, mittlerweile, äh, echt entspannt geworden, obwohl ich am Anfang auch ziemlich viele Probleme hatte. Auch vor ein paar Monaten hatte ich richtig krasse Probleme damit. Und auch auf meinem Zweitkanal, alles grüne Videos. Oder, ich hab maximal sonst paar rote Videos, wo ich Urheberrechtsverletzungen begangen haben soll. Wow. Zum Beispiel das Marvin, die Marvin Reaction. Ja, sowas war auch. Äh, da hab ich mal eine Frage zu. In der Abschmetterungs-Mail für den Strike Appeal stand folgendes. Hallo Just Nero, wir haben deine Beschwerde zu folgendem geprüft. Videotitel. Nachdem wir uns den Inhalt noch einmal angesehen haben, sind wir auch dieses Mal zu dem Ergebnis gekommen, dass er gegen unsere Richtlinien verstößt. Ja, ähm, also in 5 Minuten habt ihr euch das Video nochmal angesehen. Im Dashboard steht nochmal, wir haben deine Inhalte noch einmal eingehend geprüft. Eingehend Definition in allen Einzelheiten, sorgfältig und ins Einzelne gehen. Ausführlich. Liebes Team von YouTube, wie habt ihr innerhalb von 5 Minuten ein 16-Minuten-Video auf das ausführlichste in allen Einzelheiten analysiert? Verratet mir das mal bitte, weil dann sitze ich nicht mehr... Na, vielleicht haben die einfach bei Just Nero gesagt, ey, das Video verdoppeln wir, da verdoppeln wir die Geschwindigkeit. Und da haben sie so gedacht, ey, jetzt haben wir den Inhalt. Dann ist das Video nämlich dann nicht mehr 16 Minuten lang, sondern, ach nee, scheiße. Die müssen das noch viel, viel schneller machen. Ja, egal, scheiß drauf, chillt. Ich war so lange an meinen zukünftigen Videos. Das wäre ja schon absurd, wenn sich der Prüfer innerhalb der ersten Millisekunde meiner Beschwerde da reingesetzt hätte. Bisschen mit Lichtgeschwindigkeit um die Erde geballert, während ihr das gemacht habt? Oder wie kann man 16 Minuten in 5 Minuten verarbeiten? Ich weiß ja nicht so, Mann. Und um jetzt mal ein bisschen... Martin mit Kevin Scheiß. Wie gesagt, ich liebe euch ja, YouTube. Aber ihr habt euch mit dem Strike hinter einen verurteilten Straftäter gestellt, der auch hier... Was, in my opinion, ich finde, Neuro-Style hat sich irgendwie verschlechtert. Erinnert mich vom Style von Tim, bevor er mit der Kamera aufzufilmen... Komisch geschrieben, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich finde das Video jetzt auch vom Stil her nicht so gut. Man merkt aber, es ist ein anderer Cutter. Ähm, bei anderen Videos finde ich den Stil mega, mega geil. Ja, also richtig gut editiert. Kann man sich wirklich richtig gut geben. Aber das ist ein bisschen... Also, ne, no hate oder so, aber ist ein bisschen, äh, sehr, sehr einfach gehalten, der Schnitt. Ihr auf der Plattform gegen geltendes Recht verstößt. Nicht nur gegen eure Richtlinien, sondern de facto gegen deutsches Recht. Und in seinem Blog und auf Discord sehr problematische, wenn nicht sogar strafrechtlich relevante Dinge publiziert, die mega jugendgefährdend sind. So Kritik daran sollte nicht gebannhammert werden, aus meiner Sicht. Wenn ihr das schon nicht selber einschreibt. Ich hab mit ein paar Leuten geschrieben, Vic sieht das zum Beispiel eins zu eins genauso. Ich weiß, ihr wollt sowas eigentlich nicht unterstützen. Und das ist sicherlich auch nicht eure Absicht. Ich könnt hier ne halbe Vorlesung machen. Jetzt war klar, dass Vic, dass... Vic ist auch jemand, der sehr in dieser Drachenlord-Bubble mit drin ist. Ne, und sich das auch immer direkt angucken, direkt am Start ist. Was von der Person schon alles Problematisches in den Äther geblasen wurde, aber ich denke, das ist völlig obsolet hier. Ich bin generell eigentlich Gegensperrungen, außer man mit Straftaten... ...aber das ist halt auch nur meine, ähm, irrelevante, liberale Meinung. Ich hab jetzt mal ein paar Kontakte angehauen, die sich darum kümmern wollen, dass der Strike entfernt wird und die Causa meines Videos nochmal ganz genau beäugt wird. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das Ding früher oder später wieder entsperrt wird. Sollte das nicht passieren, ja, mein Gott, ist jetzt halt so, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wie ich gerade bemerkt habe, ist der ein oder andere überhaupt nicht begeistert von der Sperrung meines Videos. Da gab es nur den ein oder anderen Post auf Social Media, der YouTube da, naja, für konfrontiert und kritisiert hat. Ach ja, übrigens, Cybermoving Strikes werden zu 99,9% nicht durchgelassen, außer sie werden von der Person, die betroffen ist, vermeintlich betroffen, selber angestoßen. Könnte also sein, dass das selber gestrikt hat. Könnte sein. Trotzdem muss YouTube ja gesagt haben, jo, das ist, äh... Ja gut, das ist jetzt, also das ist jetzt eine Vermutung, ja, wenn nicht sogar eine Unterstellung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Drachen... Also, ich will jetzt mich nicht zu sehr deswegen äußern, was es angeht. Kann auch sein, dass er es wirklich gemacht hat, aber das ist jetzt einfach nur eine wahrke Vermutung. Und ob das dann stimmt, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass da mehrere Leute gesagt haben, ey, ich melde das oder YouTube ist darauf aufmerksam geworden, ah, Drachenlord-Inhalt, hm, könnte immer schwierig sein, was dann drin vorkommt. Und vielleicht sagen die sich dann so, ey, der Inhalt ist zu krass, müssen wir dann striken. Und das YouTube-Team ist dann verantwortlich dafür. Also würde ich nicht... Das Ding ist halt, wenn Drachenlord das Video meldet und auch strikt, striken lässt, steht da, von wem es gestrikt wurde. Also, es steht dann da, von Rainer Winkler wurde das und das gestrikt wegen dem und dem. Also, im Prinzip steht normalerweise da, von wem es dann gestrikt wurde. Das geben die dir als Information, wenn jemand persönlich sagt, ey, ich strike das. Wenn das nicht da steht, hat YouTube das Video gestrikt. Das hatte ich auch schon mal, und zwar bei einem PKTV-Video. Da wurde ich gestrikt und dann hat PKTV geschrieben, ey, ich habe dich nicht gestrikt. YouTube hat das gemacht. Und da habe ich so geguckt und habe so gesehen, ah, PKTV hat mich wirklich nicht gestrikt. YouTube hat das ernsthaft gemacht, weil sonst würde halt einfach dastehen, ey, von dem und dem ist der und der Inhalt vielleicht gewesen, deswegen haben wir das rausgenommen. Ich wurde schon mal von Flo-Tastisch gestrikt, auch ein Minecraft-YouTuber. Und da stand auch direkt da, gestrikt von Flo-Tastisch. Oder er war der Urheber von dem und dem oder hat wegen dem und dem das striken lassen. Und, ja, das steht normalerweise dann da. Also ich würde jetzt nicht reiner unterstellen, dass er das Video gestrikt hat. Weil damit, damit, ich weiß nicht, weil damit richtet man jetzt wirklich die Community gegen eine Person, also vermeintlich gegen eine Person, obwohl das dann vielleicht am Ende gar nicht stimmt. Sprech. Wollen wir nicht. Ich denke, das ist jetzt erstmal genug Heuli-Heuli für einen Tag. An der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Vic, auch bekannt unter dem Namen Iblabli seit Neuestem bedanken. Und auch bei Gnu. Iblabli. Die haben sich beide sofort dafür bereit erklärt, mir bei diesem kleinen Fauxpas unter die Arme zu greifen. Lass den beiden gerne mal Liebe da. Gnu auch? Was hat die denn damit zu tun? Ja, die finde ich auch lustig. Wenn sie aber, ja, dann mit dem Drachenort, da verbinde ich sie jetzt eher weniger. Super ehrenhaft. In dem Sinne, schönen Tag noch, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Was hat denn da Gnu gemacht? Das hat mich jetzt echt mal interessiert. So unter die Arme greifen ist so, keine Ahnung. Das ist ein bisschen, verstehe ich nicht ganz, aber ja. Was hat denn da Gnu gemacht? Das ist tatsächlich sehr interessant zu sehen. Du hast nichts falsch gemacht. Wir unterstützen dich auf jeden Fall. Schade, ich brauche hier einen Kommentar von Gnu. Ich will es mal sehen. Ich will es mal sehen.